Im Rahmen der Integralrechnung werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man die Fläche zwischen zwei Graphen bestimmen kann. Bevor wir uns gleich das Ganze anhand von verschiedenen Beispielaufgaben anschauen werden, will ich für ein paar Sekunden noch eine Grundlage wiederholen, die uns helfen wird, diese Flächenhalte zu bestimmen. Und zwar der sogenannte Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Dieser Hauptsatz lehrt uns natürlich, wie man Integrale rechnerisch auflöst. Wir haben hier zum Beispiel, allgemein geschrieben, Integral von a bis b von f von x dx, wobei a natürlich die untere und b die obere Grenze sind. Wenn wir dieses Integral jetzt auflösen wollen, müssen wir als erstes die Stammfunktion bilden, hier mit groß f von x dargestellt, wobei die Stammfunktion in diesen eckigen Klammern gesetzt wird und die Grenzen rechts an diesen Klammern geschrieben werden. Als nächstes werden die Grenzen eingesetzt. Zuerst natürlich die obere Grenze und dann minus die untere Grenze eingesetzt. Wenn man jetzt diese zwei Ergebnisse miteinander verrechnet, hat man in diesem Fall am Ende das gesuchte Flächenhalt. Ich bin der Meinung, dass man dieses Thema am besten versteht, wenn man sich ein paar typische Beispielaufgaben anschaut. Deshalb geht es jetzt auch gleich zur Sache. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Berechne der Inhaltefläche, die die Graphen der Funktion f und g einschließen. Wobei f und g, wie ihr natürlich sieht, gegeben sind. Es ist nicht notwendig, aber hilfreich, sich die Schaubilder dieser Funktionen vorzustellen. Und weil das unsere erste Beispielaufgabe ist, werden wir das auf jeden Fall auch machen. Also, die zwei Funktionen sehen so aus. Und ich glaube, dass jeder gut erkennen kann, um welche Fläche es sich hier handelt. Es ist natürlich diese Fläche hier. Ich werde sie kurz schraffieren. Ja, und wie die Aufgabenstellung es verlangt, ist unser Ziel, den Inhalt dieser Fläche zu bestimmen. Natürlich müssen wir dafür jetzt ein Integral aufstellen. Und Integrale besitzen Grenzen. Am Schaubild ist es ganz einfach zu erkennen an der x-Achse, wo diese Fläche anfängt und wo sie sich ändert. Also, anfangen tut sie bei minus 2 und enden tut sie bei 2. Allerdings, wenn wir davon ausgehen, dass wir das Schaubild nicht haben, müssen wir natürlich diese Grenzen noch berechnen. Und wie ihr ganz gut erkennen könnt, es handelt sich um die Schnittpunkte oder Schnittstellen dieser beiden Funktionen. Und die wollen wir natürlich als erstes rausbekommen. Deshalb setze ich die beiden Funktionen gleich. Also, Ansatz lautet f von x gleich g von x. Damit bestimmen wir an die Schnittstellen. Und das heißt, für uns 5 minus x² ist gleich x² minus 3. Gut, wir trennen die Variable oder die Unbekannte von den Zahlen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel x² von der rechten Seite mit minus x² auf die linke bringen. Und die 5 wandert auch rüber mit minus 5. Entsprechend haben wir dann minus 2x² sind gleich minus 8. Dann noch geteilt durch minus 2. Somit haben wir x² ist gleich 4. Und wenn wir die Wurzel ziehen, haben wir unsere Grenzen. x1 ist 2, beziehungsweise x2 ist minus 2. Und jetzt stellen wir natürlich unser Integral auf. Also, wir haben entsprechend da ein Integral von minus 2 bis 2. Allerdings haben wir noch ein kleines Problem. Es handelt sich um die Fläche zwischen zwei Funktionen. Und die Frage ist, wie verrichtet man diese Funktionen miteinander, sodass der Flächenhalt rauskommt? Man zieht sie voneinander ab. Und zwar obere Funktionen im Bereich minus untere. Also, wenn wir jetzt unseren Bereich hier anschauen, in diesem Bereich ist die grüne Funktion oben. Das ist natürlich f von x und die rote unten, g von x. Und wir schreiben dann ansatzweise f von x minus g von x dx. Kleine Bemerkung an dieser Stelle. Man kann es natürlich auch noch anders machen. Man kann für beide Funktionen das Integral ausrechnen und dann voneinander abziehen. Allerdings ist diese Methode hier ein bisschen schneller und weniger aufwendig. Deshalb habe ich mich jetzt dafür entschieden. Also, wir setzen jetzt ein und haben dann Integral von minus 2 bis 2, f von x von oben abgeschrieben, 5 minus x². Dann minus und in einer Minusklammer dann die Funktion g von x, x² minus 3 dx. Bevor wir jetzt an die Stammfunktion denken, sollten wir auf jeden Fall noch diesen Term hier vereinfachen. Das bedeutet Minusklammer auflösen und zusammenfassen. Dadurch habt ihr später ein bisschen weniger Rechenaufwand. Also, Integral von minus 2 bis 2. Dann 5 minus x². Wenn wir die Minusklammer auflösen, entsprechen minus x² und plus 3 dx. Und, noch ein bisschen kompakter geschrieben, sieht das Ganze dann so aus. Minus 2x² plus 8 dx. Und jetzt können wir loslegen mit der Stammfunktion. Also, anhand von diesem Hauptsatz kommt jetzt in Eck in Klammern die Stammfunktion. Und die lautet Minus 2 Drittel x hoch 3 plus 8x. Wobei die Grenzen jetzt hier rechts an diese Klammer geschieben werden. Im nächsten Schritt werden wir die Grenzen einsetzen. Zuerst natürlich die obere Grenze. Das Ganze sieht dann so aus. Minus 2 Drittel mal 2 hoch 3 plus 8 mal 2. Minus, Klammer auf, minus 2 Drittel mal minus 2 hoch 3 plus 8 mal minus 2. Und, wenn ihr das Ganze jetzt Schritt für Schritt zusammenfassen tut oder im Taschenrechte eintippt, kommt am Ende 64 Drittel Flächeneinheiten raus. Also abgekürzt FEs. Auch wenn die Aufgabenstellung an dieser Stelle eigentlich schon gelöst ist, gibt es noch ein paar offene Fragen. Und zwar, wir haben uns bei der Lösung dieser Aufgabe viel zu sehr an das Schaubild orientiert. Das Problem ist, man hat nicht immer die Schaubilder zur Verfügung und man kann sich nicht immer die Funktionen so einfach vorstellen. Aus diesem Grund noch ein paar Hinweise. In erster Reihe, was passiert, wenn man die Reihenfolge der Funktionen hier an dieser Stelle vertauscht? Also statt f von x minus g von x, g von x minus f von x rechnet. Es ist nicht weiter schlimm. Das Ergebnis ist sogar gleich, allerdings mit den negativen Vorzeichen. Es ist aber gewollt in diesem Zusammenhang, dass man praktisch immer von der oberen Funktion die untere Funktion abzieht. Deshalb versucht euch immer daran zu halten. Und das bringt uns zu unserem nächsten Problem. Und zwar, wie kann man ohne Schaubilder entscheiden, welche Funktion mit Sicherheit in dem Bereich oben liegt und welche unten? Das ist eigentlich auch ganz einfach. Wir schauen jetzt trotzdem kurz auf unser Schaubild. Also die Fläche ist zwischen minus 2 und 2 hier. Das bedeutet praktisch, wir könnten jeden x-Wert zwischen dieser Grenzen, minus 2 und 2 nehmen, in unser Funktionstherme einsetzen und gucken, was wir für y-Koordinate herausfinden. Beispielsweise 0 würde sich gerade ganz gut in der Mitte anbieten. Wir könnten theoretisch, auch blind, ohne die Schaubilder, einmal f von 0 ausrechnen. Also hier oben einsetzen. Wenn ich da 0 einsetze, ist ja klar, es kommt 5 raus. Und einmal g von 0. Und wenn ich hier ein g 0 einsetze, dann kommt ja minus 3. Und auch so könnt ihr erkennen, welche Funktion dem Bereich oben liegt. Natürlich f, weil es besitzt den höheren Funktionswert. Also, so könnte man auch ohne ein Schaubild entscheiden, welche Funktion oben liegt. Voraussetzung ist, dass ihr zuerst diese Grenzen bestimmt. Eine andere Kleinigkeit an dieser Stelle, die vielleicht den einen oder anderen von euch noch interessiert, ist die Tatsache, dass diese Fläche teils im positiven, teils negativen Bereich liegt. Also, teils über und teils unter der x-Achse. Ihr seht, die Rechnung tut das nicht berücksichtigen und das ist auch gut so. In diesem Zusammenhang, wenn ihr obere minus untere Funktion rechnet, müsst ihr euch keine Sorge über diesen orientierten Flächenhalt und den tatsächlichen Flächenhalt. Ihr rechnet natürlich hier mit dieser Methode immer den tatsächlichen Flächenhalt aus. Und hier ist die zweite Beispielaufgabe. Bestimmen wir den Inhalt der schaffierten Fläche, wobei f von x gleich 1,5 x hoch 3 plus 1. Und das rechte Schaubild ist natürlich von vornherein schon gegeben. Der erste Blick auf diese schaffierte Fläche könnte den falschen Eindruck erwecken, dass nur f von x eine Rolle für diese Fläche spielt. Allerdings gibt es tatsächlich auch hier noch eine zweite Funktion, die die Fläche begrenzt. Und das ist diese waagerechte Gerade bei 5, die parallel zu der x-Achse verläuft. Also, dieser schwarze Strich hier kann man sich auch als Geradengleichung vorstellen. Und die Gleichung dieser Geraden ist natürlich g von x gleich 5. Oder auch y gleich 5, wie auch immer ihr das schreiben wollt. Und spätestens jetzt erkennt ihr, es handelt sich auch hier um die Fläche zwischen zwei Funktionen, wobei g von x die obere Funktion wäre. Als nächstes bräuchten wir natürlich Grenzen. Die eine Grenze kann man gut erkennen, die fängt bei 0 an. Und die zweite Grenze kann man eigentlich am Schaubild auch gut erkennen. Die ganze Fläche endet hier bei 2. Wenn man sich unsicher ist, kann man natürlich auch hier die zwei Funktionen gleichsetzen und nach x umformen. Und dann hätte man ebenfalls diese Grenze 2 hier raus. Allerdings, weil die Skizze schon vorgegeben war, können wir gerne diesen Wert bereits nutzen und uns eine Rechnung sparen. Das bedeutet, wir stellen jetzt direkt ein Integral auf, und zwar von 0 bis 2. Die obere Funktion ist dieser Gerade bei 5 und die untere Funktion ist unser f von x. Das heißt, minus in Klammer 1 halb x hoch 3 plus 1 dx. Und auch hier sollten wir zuerst versuchen, diesen Term zusammenzufassen und erst dann die Stammfunktion bilden. Das heißt, erstmal die Minusklammer auflösen. Wir haben dann 5 minus 1 halb x hoch 3 und minus 1 dx. Und das wäre dann zusammengefasst. 5 minus 1 sind natürlich 4 minus 1 halb x hoch 3 dx. Gut, als nächstes geht es um die Stammfunktion. Im eckigen Klammern bilden wir die Stammfunktion. Die ist dann 4x minus 1 Achtel x hoch 4 und das Ganze dann von 0 bis 2. Dann setzen wir zuerst die obere Grenze ein. Wir haben dann 4 mal 2 minus 1 Achtel mal 2 hoch 4. Und minus. Und hier passiert ein glücklicher Zufall. Wenn wir die 0 einsetzen in dieser Funktion, kommt natürlich 0 raus. Also das Ganze können wir uns auch sparen. Wenn ihr euch unsicher seid, setzt ein und tut zusammenfassen. Dann werdet ihr auf das gleiche Erkenntnis kommen. Das war heute nur noch vorne. Müssten wir ein bisschen zusammenfassen. Dann sind wir schon fertig. 4 mal 2 sind 8. Minus. Hier hinten 2 hoch 4 sind 16. 16 geteilt durch 8 sind 2. Somit haben wir einen Flächenhalt von 6 Flächeneinheiten. Bei der dritten und letzten Beispielaufgabe will ich euch noch ein interessantes Anwendungsbeispiel zeigen. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Bestimme einen Ansatz zur Berechnung der Fläche, die von den Graphen der Funktionen f und g und der gegebenen Geraden begrenzt wird. Also, gegeben sind zwei Funktionen, f von x und g von x, wie ihr mit Sicherheit erkennen könnt. Und zwei senkrechte Geraden. Einmal x gleich minus 1 und x gleich 1. Also, die kann man auch als Grenzen für unsere Fläche sehen. Allerdings, auch wenn die Aufgabenstellung so nett klingt, dass man euch schon die Grenzen gibt, ist das meistens nicht der Fall. Also, genau das wollen wir herausfinden, was für Gefahren in solchen Situationen entstehen können. Deshalb schauen wir uns natürlich die Schaubilder der Funktionen an. Das sind die zwei Funktionen. f von x mit grün abgebildet und g von x mit blau. Und wenn wir versuchen, uns jetzt diese Grenzen hier vorzustellen, in diesem Schaubild, dann werden sie genau so aussehen. Und wenn ihr jetzt das Schaubild ein bisschen genauer anschaut, dann seht ihr, oder könnt ihr leicht erkennen, dass eigentlich diese zwei Schaubilder nicht nur ein Flächenstück einschließen, sondern es handelt sich hier um zwei Flächenstücke. Grund dafür ist natürlich dieser Schnittpunkt, das die beiden Funktionen noch hier dazwischen haben. Und das ist die Gefahr, die dauert. Man kann eventuell diesen Schnittpunkt übersehen, wenn man nicht zuerst rechnerisch überprüft, ob eins gibt oder nicht. Und das führt natürlich dazu, dass ihr nur ein Integral in diesem Bereich minus 1 bis 1 bildet. Und das wäre natürlich falsch, wenn man den Flächenhalt bestimmen möchte. Das heißt dann für uns, wenn wir jetzt nicht die Schaubilder dieser Funktionen hätten, wir müssen zuerst überprüfen, ob in diesem Bereich zwischen minus 1 und 1 ein Schnittpunkt oder eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Funktionen gibt. Und dafür setze ich natürlich die Funktionen gleich, x² minus 1 ist gleich 2x minus 1. Dann schieben wir wieder alles auf eine Seite, also minus 2x und dann entsprechend noch plus 1. Und somit haben wir dann x² minus 2x sind gleich 0. Das kann man sehr einfach lösen, entweder mit Ausklammer und Satz vom Nullprodukt oder sogar mit der Mieternachsformel, was auch immer lieber ist. Ich werde jetzt ausklammern, geht ein bisschen schneller. Dann haben wir x Klammer auf, x minus 2 ist gleich 0. Dann erste Lösung automatisch nach diesem Satz vom Nullprodukt ist x1 gleich 0. Und für die zweite Lösung müssen wir natürlich noch ein bisschen umformen. Ihr bringt die minus 2 rüber mit plus 2 und das ist dann die zweite Schnittstelle. Die interessiert uns allerdings nicht, weil sie außerhalb dieses Bereichs zwischen minus 1 und 1 ist, also hier wäre die. Deshalb nur x1 gleich 0 ist ein Problem für uns. Und jetzt, da wir wissen, dass es diese Schnittstelle dazwischen gibt, können wir natürlich auch zwei Integrale aufstellen. Einmal Integral von minus 1 bis 0 von f von x minus g von x dx und dann plus Integral von 0 bis 1. Und jetzt tauschen sie die Rollen. G ist oben, also g von x minus f von x dx. Und das sind die Ansätze, die die Aufgabenstellung verlangten. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Natürlich ist es in diesem Zusammenhang wichtig, dass sie in der Lage seid, Stammfunktionen zu bilden. Dann gibt es noch andere Anwendungsfälle für die Flächenberechnung, wie zum Beispiel die Fläche zwischen einer Funktion und der x-Achse. Weiterführende Beispiele mit E-Funktionen bzw. Sinus- und Cosinus-Funktionen sind natürlich auch wichtig. Sowie unbegrenzte Flächen und uneigentliche Integrale, Mittelwerte von Funktionen und Rotationskörper. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn Euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.